Ich fotografiere gerne, damit auch andere Leute sehen können, wie es an Orten aussieht, wo sie zum Beispiel nicht hinkommen können. Ich fotografiere, um den Moment festzuhalten und ihn auf Wikipedia mit anderen zu teilen. Ich kann auch damit die Wikipedia voranbringen, in denen ein Bild in einem Artikel steht, wo auch gar keins vorher war. Wiki Loves Monuments ist ein Wettbewerb, der sich bewusst nicht nur an Profis richtet, sondern an jeden, der irgendwie eine Kamera halten kann und ein Interesse an Kulturdenkmälern hat. Macht mit bei Wiki Loves Monuments, ein großartiger Wettbewerb. Geht raus, fotografiert Denkmäler in eurer Umgebung. Wir zählen auf euch. Wir zählen auf euch. Schnell, diese spoon zu zeigen. Wtf zu tun.